Wir starten diese tolle Bergtour in den Julischen Alpen beim Lago di Fusine Superiore auf Deutsch Oberer Weißenfelser See Los geht es über eine Schotterstraße in das Tal hinein und dann weiter steil durch den Wald bis zu einem schönen Wasserfall Dann geht es wieder steil mit leichten Kletterpassagen über eine Wiese zu einer Biwak-Hütte Von hier geht es über den Via Verata Italiana hoch zur Mangacarte wo auch die Grenze zu Slowenien ist Von dort klettern wir weiter über den Verata Slovenia zum Gipfel auf 2679 Meter Den Abstieg wählten wir über den Normalweg und dann ging es über den gleichen Weg wie wir hochgekommen sind zurück zum traumhaften See und dann geht es um Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020